In diesem Teil meines Crash-Kurses möchte ich zeigen, wie man als Elternteil oder Erziehungsberechtigte mit der Eltern-App in Teams arbeiten kann. Wurde man von der Lehrperson als Elternteil oder Erziehungsberechtigter zu seinem Kind hinzugefügt, erhält man auf die angegebene E-Mail-Adresse eine Einladung zu Microsoft Teams. Öffnet man die Nachricht, sieht man, von welcher Lehrperson man eingeladen wurde bzw. welche Lehrperson eine Nachricht geschickt hat. Der Inhalt der Nachricht ist hier schon zu sehen, das ist eine Testnachricht. Möchte man die Nachricht nun abrufen bzw. sich in Teams anmelden, um in Zukunft über Teams kommunizieren zu können, klickt man hier auf Weiter zu Teams. Um sich in Teams anmelden zu können, benötigt man ein Microsoft-Konto. Man muss dazu aber keine neue E-Mail-Adresse anlegen, man kann mit seiner bestehenden E-Mail-Adresse ein Microsoft-Konto eröffnen. Zu Demo-Zwecken werde ich nun allerdings nicht in der App arbeiten, sondern ich möchte hier im Browser fortfahren und zeigen, wie man sich einloggt. Ich klicke also auf in diesem Browser fortfahren. Wenn die E-Mail-Adresse bereits ein Microsoft-Konto ist, kann man sich nun mit dieser hier sofort anmelden. Ist die E-Mail-Adresse noch kein Microsoft-Konto, muss man zuerst dieses Microsoft-Konto erstellen. Das funktioniert über den Button, erstellen Sie jetzt eins. Wie bereits erwähnt, braucht man allerdings keine neue E-Mail-Adresse anlegen, sondern kann das mit der bestehenden E-Mail-Adresse machen. Ich gebe nun also die E-Mail-Adresse ein, die ich als Testvater in der Klasse angegeben habe. Sobald man nun auf Weiter klickt, wird man durch den Prozess der Kontoerstellung geführt. Meine E-Mail-Adresse ist schon ein Microsoft-Konto, daher kann ich diese Adresse nun nicht noch einmal verwenden. Im Zuge der Erstellung des Microsoft-Kontos werden Sie natürlich auch um ein Passwort gefragt. Wählen Sie dieses Passwort sorgfältig und merken Sie es sich vor allem gut. Die Schule hat nämlich keine Möglichkeit, das Passwort zurückzusetzen, da es sich ja hier um Ihr privates Microsoft-Konto handelt und kein Konto, das Ihnen von der Schule zur Verfügung gestellt wird. Hat man nun ein Konto, kann man sich entweder im Browser unter portal.office.com oder auch, was ich empfehlen würde, in der Teams-App auf dem Smartphone anmelden. Ich gebe nun also zuerst die E-Mail-Adresse ein, die nun auch ein Microsoft-Konto ist, klicke auf Weiter, melde mich auch noch mit dem Passwort an und lande nun in der Teams-Oberfläche. Auf der linken Seite findet man den Bereich Chat und dort werden die Nachrichten, die von den Lehrerinnen und Lehrern geschickt werden, angezeigt. In diesem Fall wurde vom Klassenlehrer Phil Stangl eine Info zur Sportwoche geschickt. Ich kann diese Info nun beispielsweise mit einem Daumen hoch markieren und somit signalisieren, dass ich diese Nachricht gelesen habe. Möchte ich dem Lehrer Phil Stangl nun selbst schreiben, kann ich das hier im Feld Nachricht eingeben tun. Möchte ich einer anderen Lehrperson schreiben, mit der ich beispielsweise noch keinen Kontakt gehabt habe, kann ich das über das Symbol für einen neuen Chat erledigen und kann hier in diesem Feld die E-Mail-Adresse der Lehrperson eingeben und könnte hier nun die Nachricht eingeben und der Admin bekommt die Nachricht. Die zuletzt geschriebenen Nachrichten werden hier links angezeigt und wenn man beispielsweise öfter mit der Klassenvorständin oder dem Klassenvorstand kommuniziert, ist diese Nachricht hier sicher relativ weit oben angeordnet. Zusätzlich gäbe es noch die Funktion, hier über das Drei-Punkte-Menü den Chat anzuhalten, und so ist der Chat immer hier oben angeheftet. Wie Sie sehen, die Kommunikation über Teams ist also relativ einfach. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Überblick verschaffen, welche Möglichkeiten die Teams Eltern-App hat und wie Sie damit kommunizieren können.